Es gab jetzt wirklich die größte Scheiße, es gab Leute, die gesagt haben, hey du pixelst ja gar nicht mehr im Pack, du machst ja gar nichts mehr. Ich kann zugeben jetzt in den letzten zwei, drei Tagen und in den letzten fünf, sechs Tagen habe ich ein bisschen weniger gepixelt, aber es liegt daran, dass ich vielleicht am Tag eine Stunde bis halbe Stunde am PC war, weil ich gerade irgendwie überhaupt keine Lust auf Minecraft habe. Aber immer wenn ich on war, habe ich auch am Pack gepixelt dabei und finde ich einfach eine Frechheit, dass Leute behaupten, ich würde da eine Pack gar nicht mehr pixeln, weil erstens bin ich ein CWBW YouTuber und man sieht Minecraft komplett hier gar nicht, man sieht nur die CWBW Items, aber das soll ein komplettes MC Texture Pack werden und ja, dann gibt es noch Sachen, Leute die sagen, hey wie traurig du bist, du machst erst bei 9K und da haben Leute einfach nicht zugehört. Ich habe gesagt, ich mache das, wenn das Pack fertig ist und ich habe gesagt, immer so eine Ausnahme, wenn bei den 9K das noch nicht fertig ist, also wenn das bei den 9K noch nicht fertig ist, dann release ich trotzdem einfach, obwohl es noch nicht fertig ist. Ich habe, okay, ich habe mich missverständlich total ausgedrückt, muss ich zugeben, aber ich meine nicht, dass ich es bei 9K release, sondern ich release es, wenn es fertig ist und aber ausnahmsweise, wenn die 9K erreicht werden, dann würde ich das auch als 9K Special nehmen. Ich habe auch nie behauptet, dass ich das als 8K Special nehmen würde, also da sollten ein paar Leute mal genauer zuhören und wir brauchen dafür auch eine 10er PSC, eine 20er PSC, eine 50er PSC von einem, der hat mir dann ein 20er PSC, danach eine 50er PSC eingeboten und what the fuck, nur für ein Pack, Alter, das finde ich richtig unnötig und ja. Und es gab da übrigens einfach jemanden, der es nachgepixelt hat, was eigentlich schon so eine korrekte Aktion ist, und dann gab es einen YouTuber, der das dann so bei VAMIS Pack 4 4 Release oder sowas gemacht hat und obwohl der es nachgepixelt hat, gar nicht damit einverstanden war, finde ich auf jeden Fall für diesen YouTuber echt krass, was er da für Klicks macht, also er macht wirklich alles für Klicks, das finde ich ein bisschen traurig schon, dass er das Pack nicht mal selber nachgepixelt hat und dann behauptet er, dass ich nicht mehr am Pack arbeiten würde und sowas, finde ich dann schon ziemlich traurig, dass er dann nicht mal den, der das wirklich gepixelt hat, der irgendwie verlinkt oder sowas, der sich die mir gibt und das nachgepixelt, also an dich, du bist echt eine traurige Person. Und ja, hier ist das Pack jetzt, es ist meines Erachtens fertig. Ich würde vielleicht noch ein paar Sounds hinzufügen, aber die will ich eher nur privat hinzufügen, weil das sind dann halt ziemlich schwachsinnige Sounds, die nicht in ein normales Pack gehören, die dann nicht in ein öffentliches Pack auch rein müssen, etc. Und ja, das war's auf jeden Fall. Der Download-Link ist in der Beschreibung und ja, viel Spaß dabei. Ich versuche es auch noch, die Tage auf Resourcepack24 hochzuladen. Das muss man sich ja erst mal so anmelden, verifizieren, etc. Und da versuche ich die Tage auch nochmal auf Resourcepack24 hochzuladen.